Ich liebe Schreck, Schrecki in Jibestil. Oh mein Gott. Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meinen Lesemonat vom Dezember geben. Ich bin wie immer etwas spät dran, aber das kennt ihr ja inzwischen schon von mir. Also ihr seid es ja inzwischen eigentlich gewohnt. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich im Dezember gelesen habe, war ein E-Book und zwar dieses hier. Der Nachtfalter von Everly Sheehan. Das ist der erste Teil einer Dialogie. Der zweite kommt jetzt Ende Januar raus, wenn alles planmäßig verläuft, denn es ist ein Self-Publisher-Buch. Die liebe Everly hat mir dieses Buch zum Lesen zur Verfügung gestellt und ja, als ich es dann gelesen habe, fand ich die Geschichte wirklich sehr, sehr cool. Es ist eine Jugend-Urben-Fantasy-Geschichte. Es geht in diesem Buch um Everly. Und Everly kann schon seit früherer Kindheit einen kleinen Nachtfalter sehen, aber nur sie. Und außer ihr sieht den niemand und deswegen hat sie dann auch immer drüber geschwiegen und niemanden von diesem Nachtfalter erzählt, weil sie halt nicht für verrückt erklärt werden wollte. Und eines Tages trifft sie in einer Bar auf einen Typen, der unheimlich gut aussieht. Und ja, dieser Typ entführt sie dann auf sein Schloss außerhalb von Edinburgh. Und dort erzählt er ihr eine Geschichte, die sie so nicht glauben kann, denn auch er kann diesen Nachtfalter sehen. Und dass er den sehen kann, hat eine ganz, ganz bestimmte Bedeutung. Mehr möchte ich euch zum Inhalt nicht verraten. Ich kann euch nur sagen, dass der Nachtfalter wirklich mal eine abwechslungsreiche Geschichte war. Und auch eine Geschichte war mit einem Liebesdreieck, was ich so noch nie gelesen habe. Ich bin auf jeden Fall auf den zweiten Teil gespannt, wenn der jetzt Ende Januar rauskommt. Ich möchte den auf jeden Fall mitlesen. Denn wie gesagt, dieses Liebesdreieck, was in dieser Geschichte entsteht, ist wirklich sehr, sehr interessant. Und ich bin gespannt, wie die Autorin das am Ende auflösen wird und was da am Ende bei rauskommt. Und ja, ansonsten kann ich zu der Geschichte nur sagen, es geht hier um Schicksal, um Liebe, um die Bestimmungen, die man in seinem Leben erfüllen muss. Von den Charakteren fand ich das Buch auch wirklich gut. Amberley mochte ich als Protagonistin wirklich sehr, sehr gern. Sie macht in diesem Buch auch eine Entwicklung durch, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und dann gibt es noch die zwei männlichen Charaktere Creston und Devon. Und Creston und Devon sind in ihrer Art sehr, sehr unterschiedlich, aber auch sich wieder sehr, sehr ähnlich. Das hat einen bestimmten Grund, den verrate ich euch jetzt aber nicht an dieser Stelle. Und ja, ich kann euch der Nachtfalter als Jugend-Urban-Fantasy-Buch da wirklich nur empfehlen. Wenn ihr mal Lust auf eine etwas andere Liebesgeschichte habt, dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall mal mit an. Danach habe ich ein Monats-Highlight quasi von mir gelesen. Und zwar war das Broken Hearts, brennende Sehnsucht von Sheena Showwater. Das ist der zweite Teil der Broken Hearts-Reihe. Und dieses Cover finde ich immer noch unheimlich hässlich, aber egal. Es wird der Geschichte einfach nicht gerecht, sagen wir es mal so. In diesem Buch geht es um Harlow. Und Harlow lebt ihr ganzes Leben schon in dem kleinen Städtchen Strawberry Valley. Und Harlow hat eine ganz, ganz schlimme Zeit hinter sich. Ihre Mutter ist gestorben und sie muss da aus dem gemeinsamen Haus ausziehen und ist nun obdachlos. Harlow findet aber in der Stadt keine Anstellung und sie hat auch keine Freunde in der Stadt, denn das hängt mit Harlow's Vergangenheit zusammen. Die Leute in der Stadt verachten sie und hassen die Regel recht und geben ihr dann natürlich auch keine Chance, sich zu beweisen, dass sie sich inzwischen geändert hat. Und ja, so tut Harlow in einem kleinen Zelt schlafen und notdürftig überleben. Und das ändert sich dann aber allerdings, als sie auf Beck trifft. Beck ist quasi derjenige, der in ihr Haus gezogen ist mit seinen zwei Freunden Chase und Wes. Die haben das Haus dann gekauft und renoviert und wohnen jetzt da drin. Harlow versucht dann eines Tages Lebensmittel aus ihrem Haus, aus ihrem alten Haus zu stehlen und trifft dabei auf Beck. Und von dem Moment an ändert sich ihr ganzes Leben und ja, es ist so schön. Mehr kann ich zum Inhalt auch nicht sagen. Also Beck und Harlow beginnen dann natürlich eine Beziehung zueinander aufzubauen, die mit ziemlich vielen Fallstrecken gespickt ist. Denn es hängt ja einiges an Harlow's Vergangenheit, es hängt ja einiges an Becks Vergangenheit. Die beiden müssen viele Sachen überwinden und viele Dinge und Ansichten in ihrem Leben auch aus dem Ändern, um irgendwie zueinander finden zu können. Und ob das den beiden am Ende gelingt, das ist das, worum es in dieser Geschichte geht. Ich kann nur sagen, Beck und Harlow, oh mein Gott, diese Geschichte, sie war so gut. Die hat mich komplett wirklich emotional wieder mitgenommen. Dieses Gefühl hatte ich das letzte Mal beim Lesen dieses Jahr echt bei Rockies 2. Ich mag das ja, wenn Charaktere zu Beginn der Geschichte einen Leidensweg quasi erst mal gehen müssen, um dann den Aufstieg zu schaffen, dass es ihnen wieder besser geht. Also das kann sich in verschiedenen Sachen äußern. Bei Rockies 2 war es zum Beispiel, dass Charlotte eine komplett introvertierte Person ist, die absolut nicht aus sich raus konnte und sich dann während der Geschichte entwickelt hat, zu einer wirklich starken Persönlichkeit. Und bei Harlow war es halt einfach die Entwicklung, zum einen das Schicksal, also zum einen ihre Vergangenheit, die sie hinter sich hat. Das ist wirklich sehr, sehr krass, was da alles passiert ist. Dann zum anderen natürlich dieser Kampf wieder in ein normales Leben, dadurch, dass sie sich ja nun grundlegend geändert hat und nicht mehr so ist, wie sie einmal war. Und das den Leuten natürlich auch erstmal beweisen muss. Und dieser Kampf in diesem Buch so mitzuerleben, das fand ich ganz, ganz toll. Und Beck hat hier echt eine wahnsinnig tolle Rolle gespielt und Harlow dabei immer unterstützt und ihr geholfen. Und ja, dieses Buch hat mich emotional komplett einfach abgeholt und mitgenommen. Und ich liebe es. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich, oh, es war so gut. Von den Charakteren her, ich mochte Harlow, ich mochte Beck, ich mochte West, ich mochte Chase, ich mochte die ganzen anderen Nebencharaktere in diesem Buch. Auch total gerne. Ich mochte das Setting Strawberry Valley als kleine, als amerikanische Kleinstadt. Hat mir auch richtig gut gefallen. Und ja, ich liebe diese Geschichte. Und wenn ihr nach wirklich einer guten New Adult-Geschichte sucht, schaut euch Broken Hearts, Brennende Sehnsucht auf jeden Fall mal an. Ich empfehle euch den ersten Teil, weil das jetzt der zweite Teil dieser Reihe ist. Ich empfehle euch den ersten Teil zuerst zu lesen. Sonst spoilert ihr euch ganz arg auf die Geschichte von Chase. Weil ich habe dann, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, auf jeden Fall den ersten Teil noch haben wollen. Den habe ich dann zum Geburtstag mitbekommen und auch noch mitgelesen im Dezember. Das kriegt ihr dann später, dieses Buch. Und ich finde es besser, wenn ihr den ersten zuerst lesen würdet, weil sonst spoilert ihr euch echt arg über die Geschichte von Chase. Und das ist irgendwie doof, weil ihr dann im ersten Buch dann diese Überraschung einfach nicht mehr habt. Wenn dieser große Plot-Twist kommt mit dieser großen Auflösung. So, oh mein Gott, was ist in seiner Vergangenheit passiert? Das hatte ich jetzt halt nicht. Wie gesagt, ich kannte es jetzt halt schon, was ich jetzt auch nicht mega schlimm fand. Aber mir hat diese Überraschung am Ende vom ersten Teil gefehlt. Aber der zweite Teil ist so unglaublich gut. Er ist so gut. Er ist so gut. Lest dieses Buch. Es ist so gut. Danach habe ich mal wieder ein Buch gehabt, was ich abgebrochen habe. Ich habe dieses Buch auch außerhalb der Wertung gelassen. Überall. Ich habe es bei Goodreads auch wieder rausgelöscht und alles, weil ich habe es abgebrochen. Deswegen zählt es für mich nicht. Ich möchte es euch aber trotzdem noch mal kurz zeigen. Und zwar ist das dieses hier ausgerechnet den von Susan Elizabeth Phillips. Ich habe dieses Buch gekauft, weil die Sina so davon geschwärmt hat. Und ja, Sina und ich, ne? Wir haben den gleichen Geschmack, aber dann auch wieder nicht. Also das ist bei uns echt so eine 50-50-Chance, ob es uns gefällt oder nicht. Ich muss sagen, ich habe die ersten 50 Seiten gelesen und war danach schon total so, hä? Ich komme mit dem Schreibstil nicht zurecht. Ich hatte dezent schon Kopfschmerzen, bei dieser ganze Satzbau und die Ausdrucksweise hier in dieser Übersetzung. Es war einfach nicht mein Fall. Also ich kam mit der Schreibweise nicht klar. Ich kam mit der Ausdrucksweise nicht zurecht. Ich mochte die Protagonistin nicht. Ich mochte ihn nicht. Ich habe mir nur gedacht so, what? Was ist bei euch los? Weil ich habe dann dieses Buch quer gelesen bis zur Hälfte, weil ich dachte, vielleicht wird es ja dann besser. Aber nein. Nein, da war dann was, wo ich dachte so, ne, also sorry, jetzt bin ich raus. Und ja, also ich habe dieses Buch abgebrochen. Ich fand das ganz, ganz grausig. War absolut nicht mein Fall. Tut mir leid an alle Susan Elizabeth Phillips Fans da draußen, aber hat mich definitiv nicht überzeugt. Ich kam einfach, wie gesagt, mit dem Schreibstil nicht zurecht und die Charaktere mochte ich nicht. Und ja, so ist das, ne? Haben uns halt abgebrochen. War das zweite Buch dieses Jahr, was ich abgebrochen hatte. Glaub nicht. Hm. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Mein Akku blinkt, aber ich habe jetzt einen Ersatzakku. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und zwar war das dieses hier, Dämonentochter verzaubertes Schicksal. Das ist der letzte und, also das ist der fünfte und letzte Teil der Dämonentochter-Reihe. Der kam im September, kam der jetzt erst mit raus. Und ich muss sagen, dieser Teil hat mir auch wieder unheimlich gut gefallen. Das Ende, wie Janethal Armandtrott hier einfach alles aufgelöst hat, war super gut. Ich habe wirklich bis zum Ende gedacht, so, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und dann so, oh Gott sei Dank. Es gibt für fast alle Charaktere eine gute Lösung. Zum Inhalt kann ich euch ja leider gar nichts sagen, weil die Geschichte in ihren fünf Bänden eine komplette Drehung nimmt. Also wir sind ja zu Beginn der Geschichte in einer Schule für Halbgötter quasi und dann noch die Wächter der Halbgötter. Das sind quasi Viertelgötter, wenn man das so sehen möchte. Und zu Beginn der Geschichte treffen wir auch unseren Protagonistin Alex, die zurück an diese Schule geht. An diesen Covenant, wie er genannt wird. Und da erstmal wieder sich zurechtfinden muss und sich wieder einfinden muss. Und dann trifft sie dort auf Aiden, St. Delphi und... Oh, Aiden ist so toll. Jeder braucht einen Aiden zu Hause. Also jedes Mädchen braucht einen Aiden zu Hause. Es ist wirklich so. Und ja, der trainiert sie dann und hilft ihr dann wieder so quasi zurückzufinden in diesem Covenant. Und dann gibt es noch das Problem, dass es in dieser Welt Dämonen gibt. Und diese Dämonen greifen die Halbgötter quasi an. Und die Wächter müssen dann die Halbgötter beschützen und zusammen gegen die Dämonen kämpfen. Und ja, das ist so das Grobe, worum es im ersten Teil geht. Also um den Kampf zwischen den Dämonen und den Halbgöttern. Dann spielen die Götter aber hier im ersten Teil auch schon so minimal eine Rolle. Ähm, das nimmt dann im Laufe der Geschichte sehr, sehr viel... Also das nimmt dann im Laufe der Geschichte sehr zu. Und am Ende geht es wirklich nur noch um einen Krieg zwischen den Göttern und der Menschheit. Ähm, deswegen kann ich euch zum Inhalt nicht viel... nicht was sagen, weil sonst... Spoiler ich euch komplett. Deswegen... Es ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Es geht um Dämonen, es geht um Götter, es geht um Liebe, es geht um ein Liebesdreieck. Und, ähm, ja, was da am Ende dabei rauskommt, ist es einfach wirklich so gut. Und der letzte Teil hat mir richtig gut gefallen. Und ich freue mich, dass ich diese Reihe jetzt beendet habe. Und freue mich auf das Spin-off zur Dämonen-Tochter auf Götterleuchten, was nächstes Jahr im Sommer erscheint. Äh, nee, Quatsch. Was dieses Jahr im Sommer erscheint. So, da war mir jetzt einmal der Akku abgeschmiert. Also ich war gerade hier. Ähm, ich finde diese Geschichte einfach unglaublich gut. Ich liebe sie, ich empfehle sie euch. Und ich freue mich auf die Reihe, die jetzt im Sommer erscheint, Götterleuchten, was ja das Spin-off zur Dämonen-Tochter ist. Und bin gespannt, wie es mit dem Charakter bei Götterleuchten so weitergeht. Danach habe ich das aktuelle Buch von der Jackie gelesen vom Dezember. Und zwar Die schönste Zeit des Jahres. Und, ähm, das war so eine super süße Geschichte wieder. Och, ich finde, der Jackie schreibt so süße Liebesgeschichten. Und was die sich immer ausdenkt, das ist so der Hammer. In diesem Buch geht es um Zoe. Und Zoe hat irgendwie den Glauben an Weihnachten verloren. Und sie hat auch irgendwie keinen Bock mehr auf Weihnachten. Und es nervt sie schon, jetzt zu ihrer Familie zu fahren und dort Weihnachten zu feiern. Denn in ihrer Familie gibt es Weihnachten auch irgendwie immer nur Stress und Streit und Knatsch. Und, ja, da hat sie einfach irgendwie überhaupt keinen Bock drauf. Ist dann sehr überrascht, als ihr, ähm, bester Freund Danny, den sie sehr, sehr lange nicht gesehen hat, sie vom Bus abholt und nach Hause fährt. Und er kann es gar nicht glauben, dass sie den, dass sie den Glauben so an Weihnachten verloren hat. Und möchte sie dann ein Stück weit zurückführen an den, äh, Geist von Weihnachten quasi. Und möchte ihr zeigen, dass Weihnachten doch wunderschön sein kann. Und was sie sich da alles ausdenkt, ist wirklich total süß. Und, ja, das ist so das Grobe, worum es in die schönste Zeit des Jahres geht. Ich liebe Jackie, ihren Schreibziel einfach immer noch total. Und, ähm, sie schreibt so wunderschöne Geschichten. Sie erzählt die Geschichten so schön und auf so eine ganz tolle Art und Weise. Und, ähm, ja, man lernt die Charaktere einfach kennen und lieben. Und, ähm, ich konnte mich auch gut in die Geschichte hineinfallen lassen. Und, ja, ich mochte die schönste Zeit des Jahres von Jackie wieder total. Und kann sie euch wirklich nur empfehlen. Es ist eine ganz, ganz tolle Weihnachtsgeschichte, die man jetzt aber auch im Winter noch mitlesen kann. Also, wenn ihr Lust drauf habt, schaut sie euch auf jeden Fall mal mit an. Das nächste Buch, was ich dann gelesen habe, war so eher so mein Flop des Monats. Und zwar Tempting Love, Hände weg vom Trauzeugen von J. Lynn. Ähm, ich lese ja alles von Jennifer Lamontraud. Das hatte ich ja irgendwann mal erzählt. Denn sie ist meine Queen. Ich liebe die Geschichten, die sie schreibt. Ich liebe die Charaktere, die sie schreibt. Ich liebe den Schreibstil. Und, ach, diese Frau ist einfach so göttlich. Und, ähm, ja. Dieses Buch, ähm, zum einen ist es wirklich ultradünn. Es hat nur 200 Seiten. Es sind nur, es sind 220 angegeben. Aber es sind tatsächlich nur 200. Denn 20 Seiten sind Leseprobe von Mona Carstens Beginnigen. Also, äh, es sind wirklich nur 200 Seiten, was dieses Buch hat. Und, ähm, ja. Diese Geschichte ist demnach auch sehr, sehr kurz. Und kann natürlich auch von den Charakteren und allem her nicht so ausgebaut werden. Und ist da dementsprechend flach. Ähm, es ist eine New Adult Geschichte. Deswegen finde ich das jetzt nicht schlimm, wenn die Charaktere jetzt hier nicht nur eine bestimmte Tiefe bekommen. Und die Geschichte nicht extrem ausgearbeitet ist. Mit ganz viel Drama und allem. Ähm, es ist aber trotzdem eine eher schlechtere Geschichte von Jennifer Lamontraud. Was aber auch darauf zurückzuführen ist, dass das ihre erste Erotik New Adult Reihe ist, die sie jemals geschrieben hat. Dieses Buch wurde 2011, glaube ich, geschrieben. Und, ähm, ja. Das ist nun schon eine ganze Weile her. Und jeder Autor entwickelt sich natürlich mit der Zeit weiter. Und das merkt man auch bei Jennifer Lamontraud. Ich finde, man merkt es auch an der Dämonentochter-Reihe. Denn von jedem Band, also wenn man den ersten Band liest und vorher andere Bücher von Jennifer Lamontraud gelesen hat, fragt man sich auch erst mal so, höh, das ist irgendwie anders. Und man merkt dann aber auch, während man die Reihe liest, wie sie sich weiterentwickelt hat. Und, ähm, ja. Deswegen finde ich es jetzt nicht schlimm, dass Genting Love, Hände weg vom Trauzeugen, keine Geschichte ist, die mich ultra begeistert hat. Äh, jeder fängt irgendwann mal an. Und, ähm, auch eine Frau Lamontraud hat das mal irgendwann. Und, ja, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass es, äh, eine nette Liebesgeschichte so für zwischendurch ist, die einen jetzt nicht ultra fesselt und ultra packt. Ähm, die Charaktere sind, äh, nett. Also sie haben mir trotzdem gut gefallen. Ich mochte Madison, ich mochte Chase. Ähm, vom Setting her, ähm, befinden wir uns hier auf so einem Weinberg. Und das ist so ein Hochzeitssetting, was ich auch ganz cool fand. Ähm, ich finde einfach den Schreibstil von Jennifer Lamontraud auch in diesem Buch, fand ich ihn gut. Aber im Vergleich zu den anderen Büchern, die sie hat geschrieben hat, ist es eine sehr schwache Geschichte. Das muss man ehrlich sagen. Ähm, ich mochte sie trotzdem noch ganz gern. Ich finde, kann man gut zwischendurch mitlesen, gerade weil sie so dünn ist. Und, äh, ja, empfehlen würde sie eher weniger. Aber, ähm, es war doch ganz nett mitzulesen. Und wenn ihr so Jennifer Lamontraud bekloppt seid wie ich, dann solltet ihr sie auf jeden Fall lesen, denn es gehört einfach mit da dazu. In diesem Buch, nochmal ganz kurz zum Inhalt, geht es um Madison und Chase. Und die beiden sind seit frühester Kindheit Freunde. Und Madison war schon in ihren Teenagerjahren in Chase verknallt. Und Chase wollte aber nie mehr von ihr und hat sie auch mehrfach zurückgewiesen. Ähm, deswegen wollte Madison eigentlich Abstand von ihm wahren. Jetzt ist es aber so, dass aufgrund Verkettung unglücklicher Ereignisse sie sich mit ihm ein Zimmer teilen muss. Und das auch noch so eine Honeymoon Suite ist. Und, ähm, ja, die beiden kommen sich dann natürlich auch grunddessen doch irgendwie wieder näher. Denn Chase macht auch so Anspielungen. Und, ähm, ja, im Endeffekt geht es darum, ob Chase es schaffen wird, seine Probleme, die er hat, zu überwinden. Um Madison eine Chance zu geben oder ob er es halt nicht schafft. Und, äh, ja, das ist es so, worum es in diesem Buch geht. Ich fand, wie gesagt, es war doch trotzdem alledem, trotz alledem noch eine nette Geschichte so für zwischendurch. Ich habe jedenfalls definitiv schon Schlimmeres gelesen. Also, von daher, ne, so what. Danach habe ich dann dieses Buch hier gelesen, Der letzte Schwur von Nalini Singh. Ähm, dieses Buch ist, boah, 640 Seiten dick. Und dieses Buch war für mich wirklich ein Kampf. Ähm, denn in diesem Buch geht es nicht wie sonst um ein Liebespaar, sondern es geht um alle 14 Liebespaare, die man bisher kennengelernt hat. Die kommen alle nochmal mit drin vor. Und dann kommen natürlich auch noch andere Charaktere mit drin vor, die jetzt noch nicht so ihre eigene Liebesgeschichte hatten, die man aber trotzdem schon kennt. Und, äh, ja, das war einfach sehr, sehr anstrengend zu lesen. Und deswegen war dieses Buch für mich schon ein kleiner Kampf, weil ich mich jedes Mal auf andere Charaktere einstellen musste in jedem Kapitel. Und, pff, das war schon echt heftig. Ähm, ansonsten, der Haupthandlungsstrang hat sich natürlich hier durch das komplette Buch gezogen. Es geht immer noch um die Welt der Menschen, der Medialen und der Gestaltenwandler, die sich im Umbruch befindet. Dann liest man hier noch, ähm, den, also das ist einmal die eine Geschichte quasi, die erzählt wird. Und dann gibt es noch den Handlungsstrang, dass eine Gestaltenwandlerin gefangen gehalten wurde und dass man noch gerade versucht, sie zu finden. Und da müssen halt alle an einem Strang ziehen und jeder hilft jedem. Und das ist halt einfach schön zu lesen gewesen wieder. Aber es war halt wirklich sehr, sehr anstrengend. Ähm, zum Inhalt kann ich deswegen auch nicht wirklich irgendwas sagen. Es, wie gesagt, man befindet sich hier in der Welt, ähm, gerade in so einer Zeit des Umbruchs aufgrund dessen, was in den ganzen 14 Bänden davor halt passiert ist. Die ganze Welt wird gerade neu strukturiert und jeder muss so seinen Platz in dieser Welt finden. Und, ähm, ja, das ist halt so auch, worum es mit geht. Und dann geht es um das Kind eines Gestaltenwandlers und eines Medialen, was geboren wurde. Ähm, denn dieses Kind ist einzigartig bisher. Und, ähm, natürlich hat dieses Kind viele Feinde. Und, ja, man muss dieses Kind beschützen. Und das ist auch so ein großer Punkt, worum es in diesem Buch geht. Ähm, wer dieses Kind ist, verrate ich euch nicht. Sonst spoilere ich euch auf eins von den 14 Paaren, die man vorher gelesen hat. Und, äh, ja. Aber ansonsten, wie gesagt, von der Handlung her hat mir das Buch wieder richtig gut gefallen. Ich liebe die Welt, die Nalini Singh hier erschaffen hat. Das ist einfach so der Oberhammer. Das ist, das ist eine Welt, also man muss sich das vorstellen, das ist eine Welt wie unsere. Nur 200 Jahre in der Zukunft. Ähm, und es gibt halt nicht nur Menschen, sondern halt auch noch diese Medialen und diese Gestaltenwandler. Und das zu lesen, ist einfach so, ach, es ist einfach so toll. Ich liebe diese Reihe einfach. Es ist so mega gut. Und ich bin auf jeden Fall schon auf den neuen Teil gespannt. Der jetzt, ähm, September kommt der, glaube ich, raus. Da kommt der nächste Teil. Ähm, mit diesem Teil hier ist die erste Staffel der Gestaltenwandlerei quasi abgeschlossen. Das hat Nalini Singh in dem Leserbrief geschrieben, der hier vorne drin steht. Und mit dem neuen Buch beginnt man quasi eine neue Staffel. Ähm, was das jetzt genau heißt, weiß ich nicht. Es kann einen Zeitsprung bedeuten. Es kann bedeuten, dass man komplett eine neue Gruppe von Charakteren kennenlernt. Ein komplett neues Umfeld hat, das mit dem alten vielleicht gar nichts zu tun hat. Es kann sein, dass man wieder bei den alten Charakteren ist. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich bin gespannt, wie Nalini Singh das gelöst hat in dem neuen Buch. Und freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Aber wer alle anderen 14 Teile der Gestaltenwandlerei gelesen hat, muss dieses Buch auf jeden Fall mitlesen. Und das Ende war einfach so schön. Es war einfach so ein Traum. Und, oh, es war so ein guter Abschluss für die erste Staffel. Ähm, was ich allerdings nicht empfehlen kann, wenn ihr die ersten 14 Bände nicht kennt, lest dieses Buch nicht. Dann werdet ihr nichts verstehen. Dann wird euch das mehr verwirren als alles andere. Also, man muss diese Reihe wirklich schon von Grund auf lesen und mit dem ersten Teil anfangen. Sonst ist es schwierig, dann hinterher noch reinzukommen. Deswegen, nur wer diese Reihe gelesen hat, lest diese Reihe. Sie ist wirklich so toll. Oh, ich liebe diese Reihe. Sie ist so gut. Oh, I love it. So, danach habe ich dann den Harry Potter für den Dezember beendet. Ich habe den jetzt nicht mit in ein Die Letzten Drei Video genommen, weil es halt der sechste Teil von Harry Potter ist und weil er thematisch einfach nicht zu den anderen Büchern gepasst hat, die ich so gelesen habe in letzter Zeit. Deswegen Harry Potter nur hier in meinem Lesemonat. Ich muss sagen, der fünfte Teil war ein extremer Kampf. Der sechste Teil hat sich für mich wieder sehr, sehr gut lesen lassen. Ich muss auch persönlich sagen, für mich war der sechste Teil bisher am besten. Also, hat mir bis jetzt von allen am besten gefallen. Es ist ultra viel passiert. Es war mega spannend. Und ja, ich bin jetzt auf den siebten Teil mal gespannt und freue mich dann, wenn ich diese Reihe beendet habe. Aber also, das war wirklich hier dieses Jahr. Der fünfte Teil hat mir das Genick gebrochen. Aber wirklich, der war so schlimm. Der war so langweilig und so. Naja, der sechste Teil, wie gesagt, war echt wieder ganz, ganz anders. Auch wenn er auch 700 Seiten hat, hat er sich trotzdem viel, viel besser lesen lassen. Und ja, ich mochte ihn bisher, wie gesagt, von allen am liebsten. Mehr kann ich euch nicht erzählen. Ihr kennt Harry Potter. Was ich vielleicht noch sagen kann, im fünften Teil waren mir die Charaktere dann zum Ende wirklich absolut unsympathisch und ich konnte die auch überhaupt nicht mehr leiden. Das hat sich hier im sechsten Teil wieder geändert. Also, ich mochte die Charaktere da wieder und bin ich auch wirklich sehr, sehr froh drüber. Ich weiß nicht, der fünfte Teil war komplett der Ausreiser. Keine Ahnung, was das war. Ja, aber I like it und mal gucken, wie der siebte Teil ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Danach habe ich dann dieses Buch gelesen, Dark Wild Night von Christina Lauren. Das ist der dritte Teil dieser Reihe und man kann diese Bücher unabhängig voneinander lesen. Das ist absolut kein Problem. Ich muss sagen, dieses Buch hat mir gefallen, aber nicht ultra gut. Also, es ist wie Tempting Love im Prinzip. Eine nette Liebesgeschichte, so für zwischendurch, aber sie haut einen einfach nicht um. Also, man hat hier keine extreme Spannung in der Geschichte. Die Handlung ist sehr vorhersehbar. Die Charaktere waren ganz nett. Also, man mag sie auf jeden Fall und man hofft auch mit den Charakteren, dass sie ihre Probleme in den Griff bekommen. Aber ansonsten hat mich dieses Buch halt auch nicht vom Hocker gerissen. Also, es war eine gute durchschnittliche New Adult-Geschichte. Vom Setting her befinden wir uns hier auch in Amerika, also in San Diego. Wie gesagt, Charaktere waren okay. Schreibstil von Christina Lauren ist New Adult-mäßig sehr flach, muss ich sagen. Also, es ist wirklich ganz einfach strukturiert, ganz einfach gehalten. Was fürs Lesen ja ganz gut ist, aber es ist halt nichts Besonderes dadurch. Also, es ist halt ein ganz einfacher, schlichter Schreibstil. Zum Inhalt in diesem Buch geht es um Lola und Oliver. Und Lola und Oliver sind schon seit einiger Zeit sehr, sehr gute Freunde. Und Lola möchte aber eigentlich von Anfang an schon mehr von Oliver, traut sich da aber nicht nochmal irgendwie einen Schritt vorwärts zu gehen, weil Oliver sie bei ihrem Kennenlernen am ersten Abend quasi einmal so zurückgewiesen hat. Und, ja, sie möchte halt auch die Freundschaft zwischen den beiden nicht gefährden und, ja, denkt sich dann halt lieber mit ihm befreundet, als ihn gar nicht zu haben und akzeptiert das dann halt so. Und Lola ist Graphic-Noble-Zeichnerin und hat jetzt nicht mehr so viel Zeit für Oliver, was ihm so gar nicht in den Kram passt. Und Oliver merkt dadurch natürlich sehr, sehr schnell, dass seine Gefühle für Lola doch vielleicht nicht nur freundschaftlich sind. Und ob die beiden es schaffen, zueinander zu finden oder nicht, das ist das, worum es in diesem Buch geht. Ähm, wie gesagt, war eine gute durchschnittliche Geschichte, hat mich jetzt aber nicht vom Hocker gerissen. Ich habe jetzt auch nicht die Ambition, diese Reihe weiterzulesen oder die ersten beiden Bände zu lesen. Also, mäh, war nett, aber nicht der Reiser, muss ich ehrlich sagen. Damit wären wir dann auch beim letzten Buch für den Dezember und zwar dieses hier, Broken Hearts, Gefährliche Nähe. Das ist der erste Teil der Broken Hearts-Reihe. Ich hatte ja vorhin schon den zweiten Teil erwähnt und in diesem Teil hier geht es um Brooklyn und Chase. Ähm, wie gesagt, ich habe mich dadurch, dass ich den zweiten zuerst gelesen habe, schon gespoilert, was die Geschichte von Chase und Brooklyn betrifft. Ähm, fand ich jetzt aber jetzt nicht ultra schlimm. Hat mir halt am Ende die Überraschung verhagelt, aber es war trotzdem schön zu lesen, wie die beiden so zueinander finden und wie, mit was für Schwierigkeiten sie vor allen Dingen auch zu kämpfen haben. Und, ähm, ja, also wie gesagt, es geht hier in dieser Geschichte um Brooklyn und Chase und Brooklyn lebt schon immer in diesem kleinen Städtchen, in Strawberry Valley, fühlt sich dort aber irgendwie immer ein bisschen wie eine Außenseiterin, denn sie hat eine Hörbehinderung und trägt so Hörgeräte und, ähm, wurde in der Schule natürlich auch immer gehänselt und traut sich halt auch nicht so richtig aus sich hinaus. Ganz im Gegenteil so zu ihrer Schwester, denn ihre Schwester ist voll die kleine Partymaus und, ähm, als ihre Schwester mal wieder nicht zur Arbeit aufgetaucht ist und Brooklyn dafür ihre Schicht übernehmen musste, hat sie die Schnauze voll, sie fährt zu dieser Party und, äh, ja, erwischt ihre Schwester in Flakranti mit einem Typen und dieser Typ hat es Brooklyn von Anfang an angetan. Doch dieser Typ ist tabu, denn er hat mit ihrer Schwester geschlafen. Und, äh, ja, auch Chase, dieser besagte Typ, findet Brooklyn auf Anhieb irgendwie sehr interessant. Er spürt sofort, dass zwischen den beiden eine ganz bestimmte Chemie ist und versucht, sie dann näher kennenzulernen und, ähm, ja, was für Schwierigkeiten die beiden auf dem Weg zueinander, äh, überwinden müssen und was Chase für ein ganz, ganz schlimmes Geheimnis hat. Das ist das, worum es in diesem Buch geht. Das verrate ich euch natürlich nicht. Aber ich fand den ersten Teil auch wirklich wieder sehr, sehr gut. Hat mir gut gefallen. Der zweite war noch ein bisschen besser, so von der Geschichte her, einfach weil ich Harlow als Protagonistin einfach nur mega cool fand. Ähm, ja, aber ansonsten war es auch hier eine super schöne New Adult-Geschichte. Wie gesagt, vom Setting sind wir immer, sind wir wieder in dieser kleinen Stadt und Strawberry Valley. Ähm, die Charaktere haben mir gut gefallen. Harlow hatte ja auch schon einen kleinen Auftritt. Ähm, der Schreibstil von China Showbott hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Bei Alice im Zombieland war er ja so ein bisschen eher jugendlich und frech. Ähm, hier ist es wirklich, äh, New Adult-mäßig entsprechend angenehm. Ähm, also er ist locker, leicht, einfach. Aber diese Bücher sind trotzdem auf ihre ganz eigene Art und Weise erzählt. Und ich finde, China Showbott hat auch eine schöne Art, Geschichten zu erzählen. Gerade hier bei dieser New Adult-Reihe. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und wie gesagt, lest zuerst den ersten Teil und dann den zweiten. Sonst spoilert ihr euch ganz arg. Und, äh, ja, soviel dazu. Das war mein Lesemonat vom Dezember. Es waren insgesamt neun Bücher, die ich gelesen habe. Hätte ich nicht gedacht, dass ich im Dezember doch noch so viel schaffe. Ein bisschen stolz auf mich. Und, äh, ja. Wenn ihr eins von diesen Büchern kennt oder gelesen habt, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Wollt ihr mich auf jeden Fall mal interessieren. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle, wie immer fürs Gucken. Und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.